In Frankfurt. Heute mit einem Konzert der schon legendären Rockband Golden Earring. Den Stereoton liefern Ihnen die Kollegen vom Hörfunk, denn HR3 ist live mit dabei. Wir schalten jetzt um in die Music Hall zu Roberto Capelluti und Golden Earring. Viel Spaß dabei. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Und zwar war das abwärts und, äh, oi, 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 mein lieber Freund, das war abwärts, das Konzert zeigen wir am 29. April. Die Band, die wir heute hier haben, die kennt eigentlich jeder, zumindest kennt jeder Raiderlauf. Ein Millionensteller in den 70ern. Ähm, die Jungs sind in Holland absolut Top-Pops, Top-Stars und heißen über das Golden Earring. Ähm, in Holland wird eine Straße nach Ihnen benannt. Die Golden Earring-Straße, ich schlage vor, in Düsseldorfer, die Tote Hosenallee oder in Oberroden, die, äh, hat kaum Monotons Plätze einzurichten. An dieser Stelle viel Spaß, weil Jungs kann es kaum erwarten. Und ab geht's, bitte Mixer mixen und Schluss! 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 Musik 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 My body's on the side 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 Don't you know My body's on the side 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020